Ich glaube, sehr oft. Theoretisch die ganze Zeit. Siehst du? Ja, Ellie ist das Kind aus dem ersten Teil, was immun ist. Deswegen, die erste Hälfte des Spiels haben wir auch Ellie gespielt. Und es zerreißt mich gerade. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da aus der Ecke rauskommen soll. Fuck. Ich weiß es nicht. Wie mache ich das denn? Das ist ja unfassbar. Okay, wir können sie ablenken. Gleich habe ich dich. Abby! Mieser Dreckdau! Ey, was zur Hölle? Ellie ist ja mal der... Uh, Ellie. Ellie, Ellie, Ellie. Was für ein Endgegner. Aber ich traue mich auch gerade nicht so wirklich was gegen sie zu tun. Ich habe Angst, dass ich sie töte. Ich will das nicht. Das ist schön für dich. Das ist schön für dich. Es ist so ein bisschen... Kennt ihr aus dem ersten Teil noch den Kampf von Ellie gegen den komischen Typen, der Kinder ist? Der Pädophile? Und weißt, wenn du musst? Oh Gott. Das wäre unfassbar schrecklich. Das wäre einfach unfassbar schrecklich. Was ist die denn? Das wäre einfach so. 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 Wie läuft das? Wie läuft das? Wie läuft das? Wie läuft das? Ja, danke, Eddie. Äh, ja, Noah, da hast du recht. Habe ich hier gerade die Nase gebrochen? Ich glaube, ich habe hier gerade, da hinten ist sie. Ich habe hier gerade aus Versehen die Nase gebrochen. Hoppala. Okay. Hey, dumme Idee, dumme Idee, dumme Idee, dumme Idee, dumme Idee. Oh, ey. Meine Güte. Nee, 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 nee. Die haut nicht ab. Er hat sich den Bogen geschnappt. Das Ding ist, sie hat halt ein ganzes Arsenal, während wir hier eine Flasche haben. Ja, jetzt hat sie den Molotow. Das kann doch nicht wahr sein. Stirb! Oh, war Arme wie andere Leute Beine. Ja, ja, deswegen sagen wir hier ja schon die ganze Zeit, Ellie ist ein Tier. Sie ist einfach dumme Schien. Sie ist einfach dumme Schien. Ey, fuck. Wie mache ich das denn? Hallo, Hase. Ein Molotow bauen. Ich kann gerade, ich kann, ja, sie schmeißen schon wieder mit Kacke, aber es sind doch gar keine Affen. Warte, ich kann gerade nicht. Ich muss mich echt ein bisschen konzentrieren hier. Genau deswegen machen die das. Läuft sie da hinten jetzt immer hin und her? Das gibt's doch gar nicht. Nee, nee. Scheiße. Oh, 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 oh. Ja, ich weiß, sie hat mich gehört. Shit. Ich bin gerade so ein bisschen ratlos, weil ich weiß nicht genau, wie ich hinter sie kommen soll. Das kann man nicht wasern. Das kann man nicht wasern. Das kann man nicht wasern. Wow. Fuck. Sie hat eine Bombe dahin gelegt. Oh, die Doofe. Hallo, Devin. Nee, nee, nee. Das bringt nichts. Mit Geschrei auf sie bringt gar nichts. Fuck. Jetzt legt die auch noch Bomben. Mann, das ist ja so, wie als ich sie gespielt habe. Dankeschön, Mike. Vielen, 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 vielen Dank. Herzlich willkommen. Das muss sie gehört haben. Oh, sie läuft dann wieder weg, ne? Boah, sie ist halt echt flink. Boah, sie ist halt echt flink. Das macht sie. Bomben legen. Okay. 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 Jetzt ist sie dahin. Das kann man nicht wasern. Shit. Oh, wie weit. Ich fahre doch elendig weit weg von der Bombe. Legt einem Ben in Jerry's Eis. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass uns das Ellie vom Hals hält. Ey, wie beschissen. Das war jetzt Glück. Oh, hat sie dir den Arm gebrochen. Oh, hat sie dir den Arm gebrochen? Hi, Dina. Nein. Oh Gott. Sie hat nichts damit zu tun. Sie ist schwanger. Ja.